Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsblatt komplexe Zahlen. Wir schauen uns heute einen weiteren Punkt bei den komplexen Zahlen an, und zwar komplexe Potenzen und komplexe Wurzeln. Nicht nur aus Rädelzahlen können wir Potenzen oder Wurzeln erhalten, sondern auch aus komplexen Zahlen. Hierbei können wir Potenzen bilden oder auch aus einer komplexen Zahl Wurzel ziehen. Zuvor habe ich dir wieder einen Überblick mitgebracht, was du bereits können solltest und welche Ziele wir heute gemeinsam haben. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist wiederum, dass du die Struktur der komplexen Zahlen beherrschst, dass eine komplexe Zahl entweder in der kathesischen Koordinatenform angegeben werden kann, mit z gleich a plus i b, und auf der anderen Seite auch in der Polarform angegeben werden kann, mit Hilfe des Radiuses, des Betrags und des Winkels des Arguments. Ganz wichtig ist natürlich hier auch, dass du die komplexen Zahlen miteinander addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kannst, und vor allem das in Polarform angeben kannst. Schau dir dazu noch einmal die Videos, die letzten Videos an, wo wir das gemeinsam erarbeitet haben. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Das ganz wichtige Ziel, das wir heute gemeinsam erarbeiten, ist, dass du komplexe Potenzen bilden kannst, beziehungsweise, dass du aus komplexen Zahlen Wurzeln ziehen kannst, und zwar mit Hilfe der Polarform. Wir werden sehen, dass beispielsweise die fünfte Wurzel aus einer komplexen Zahl nicht nur ein oder zwei Lösungen hat, sondern genau fünf Lösungen besitzt. Und ganz wichtig ist es dann auch, dass komplexe Wurzeln auch grafisch veranschaulicht werden können, und zwar in einem komplexen Zahlenkoordinatensystem, und alle Lösungen, die wir erhalten bei diesen Endenwurzeln, ergeben ein regelmäßiges N-Eck in diesem Koordinatensystem. Das werden wir uns gemeinsam anschauen und gemeinsam auch erarbeiten. Zuvor möchte ich mit dir eine kurze Wiederholung machen, welche Darstellungen es gibt, komplexe Zahlen eben anzuschreiben. Die erste Möglichkeit wäre, die komplexen Zahlen in der Komponentenform anzuschreiben, mit Hilfe von kathesischen Koordinaten. Da schaut eine komplexe Zahl folgendermaßen aus, dass z gleich a plus i mal b ist, und das würde einer Punktdarstellung im Koordinatensystem entsprechen, denn a, der Realteil, wäre die x-Koordinate und b, der Imaginärteil, wäre die y-Koordinate und so könnte jede komplexe Zahl z gleich a plus i b dargestellt werden durch diesen Punkt, beziehungsweise auch durch einen Vektor, in der Form z gleich a, b, wobei a die x-Koordinate und b die y-Koordinate ist. Die zweite Möglichkeit wäre, komplexe Zahlen mit Hilfe der Polarform mit Polarkoordinaten darzustellen. Dazu brauchen wir den Betrag einer komplexen Zahl. Der kann gebildet werden durch die Wurzel aus dem Realteil zum Quadrat plus ein Imaginärteil zum Quadrat. Das würde immer so der Fall sein. Das wäre die erste Polarkoordinate, der Abstand r, also der Abstand der komplexen Zahl vom Ursprung, im Koordinatensystem. Und die zweite Polarkoordinate würde der Winkel, beziehungsweise das Argument sein, mit, hier brauchen wir eine Umschreibung, zunächst einmal berechnen wir Alpha. Alpha wäre der Akkus tangens vom Betrag vom Imaginärteil b durch den Realteil a. und je nachdem, in welchem Quadranten sich diese komplexe Zahl z befindet, muss sich phi noch adaptieren. Würde jetzt die komplexe Zahl im ersten Quadranten liegen, würde Alpha gleich phi sein. Im zweiten, im dritten und vierten Quadranten brauchen wir noch eine Adaptierung von phi mit Hilfe von Alpha. Schau dir dazu vielleicht noch das Video aus der letzten Einheit an, wo wir diese Polarkoordinaten miteinander besprochen haben. So, es gibt jetzt die Möglichkeit, diese Polarkoordinaten und diese kathesischen Koordinaten und diese beiden Formen ineinander umzuwandeln. Würden wir die beiden Polarkoordinaten gegeben haben, r und phi, dann lassen sich mit Hilfe dieser Formeln, die ich hier aufgeschrieben habe, aus dem rechtwinkligen Dreieck, das wissen wir bereits, die beiden kathesischen Koordinaten ableiten. Denn aus dem rechtwinkligen Dreieck und den trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus folgt dann, dass der Realteil a r mal Cosinus phi und die Imaginärteil b r mal Sinus phi ist. Und wenn wir diese Beziehungen jetzt in unsere Formel einsetzen, in die Formel z gleich a plus i mal b, dann erhalten wir die folgende Definition. Würde jetzt die komplexe Zahl z gleich r phi gegeben sein und der Realteil lässt sich berechnen mit a gleich r mal Cosinus phi und der Imaginärteil mit b gleich r mal Sinus phi. Dann können wir statt diesen a und dem b in dieser Komponentenform jetzt diese beiden Ausdrücke einsetzen, die wir durch die trigonometrischen Funktionen erhalten haben. Und dann erhalten wir das z gleich r mal Cosinus phi, das wäre unser a, plus r mal Sinus phi, das wäre das b, mal i. Und das würde gleich, wenn man r jetzt heraushebt, aus diesem Ausdruck, dann würde das gleich sein wie r mal Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Und diese Form der komplexen Zahl nennen wir jetzt die sogenannte trigonometrische Form. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt drei Formen kennengelernt, wie komplexe Zahlen dargestellt werden können. Und zwar als Komponentenform, wie wir es bereits seit Beginn dieses Arbeitsblattes kennen, das z gleich a plus ib ist. Dann die zweite Möglichkeit wäre, mit Polarkoordinaten mit r und mit phi anzuschreiben in einer Klammer. Und die dritte Möglichkeit wäre, die sich durch diese Umwandlung dieser beiden Formen jetzt ergibt, dass ich mit Hilfe von a gleich r mal Cosinus phi und b gleich r mal Sinus phi eben diese Komponentenform mit Hilfe der Polarkoordinaten anschreibe und sich daraus eben diese Formel z gleich r mal Cosinus phi plus i mal Sinus phi ergibt. Und das würde die dritte Form sein, die sogenannte trigonometrische Form. Das heißt, wir haben drei Darstellungsmöglichkeiten für diese komplexen Zahlen und je nachdem, was wir genau vorhaben, verwenden wir die jeweilige Form. Wir werden hier sehen, bei komplexen Potenzen und komplexen Wurzeln, dass vor allem die Polarform und die trigonometrische Form ganz entscheidend und wichtig sind. Und wir diese hier auch verwenden werden. Schauen wir uns dazu eben den ersten Punkt an, die komplexen Potenzen. Ganz wichtig, wie ich schon gesagt habe, wir verwenden hier die Polarform beziehungsweise die trigonometrische Form, dass z gleich dargestellt werden kann durch den Betrag und durch den Winkel, also durch r phi und das würde ja das gleiche sein wie r mal Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Diese beiden Formen sind hier analog zu sehen beziehungsweise können hier sehr gut verwendet werden. Und daraus gilt dann für das Rechnen mit Potenzen. Das ist eine Formel, die wir bereits jetzt als gültig ansehen. Und zwar, dass die n-te Potenz, wenn wir jetzt z zur n-ten Potenz erheben, z hoch n, dann würde das das gleiche sein wie r phi hoch n. Und jetzt ist diese Regel, dass dieses n, das Potenzieren, dass das folgendermaßen in diese Klammer hineingeschrieben werden kann, dass der Radius mit n potenziert wird, das heißt r hoch n. Und beim Winkel passiert folgendes, dass n mal der Winkel genommen wird. Das heißt, der Winkel phi wird jetzt n mal mit sich selbst addiert. Das ist eine Regel, die immer gilt. Komplexe Potenzen werden potenziert, indem der Radius oder der Betrag zur n-ten Potenz potenziert wird. Und der Winkel n mal addiert wird. Das heißt, n mal phi sich für den neuen Winkel ergibt. Und mit Hilfe der trigonometrischen Form würde eben das folgendermaßen sein, dass z hoch n würde jetzt für dieser Ausdruck die trigonometrische Form hoch n, der wäre wiederum der Radius hoch n, also r hoch n, mal cos n mal phi plus i mal sin n mal phi. Das heißt, es passiert hier mit dem Betrag dasselbe, dass der Betrag r zur n-ten Potenz erhoben wird und der Winkel wird sowohl im Kosinus als auch im Sinus n mal addiert mit sich selbst. Das heißt, ich bekomme hier ein n mal phi. Schauen wir uns dazu eben diese Herleitung an beziehungsweise die Erklärung, warum diese Formeln eben jetzt gelten. Und zwar gegeben ist eine komplexe Zahl z gleich r phi in Bollarform. Und jetzt sollen wir in 1 erklären, warum eben diese Formel jetzt für hoch 2 gilt. Das heißt, warum z Quadrat das gleiche ist wie r Quadrat und 2 phi. Schauen wir uns dazu überhaupt an, was z ist. z oder z Quadrat ist ja jetzt r phi mal r phi. Wenn z gleich r phi ist, dann ist z Quadrat r phi mal r phi. Und wir wissen bereits, wie man zwei komplexe Zahlen in Bollarform miteinander multipliziert. Und zwar werden die beiden Radien beziehungsweise die beiden Beträge miteinander multipliziert und die beiden Winkel werden addiert. Also erhalte ich insgesamt r mal r und phi plus phi. Und wenn ich das jetzt noch vereinfache, r mal r ist r Quadrat und phi plus phi ist 2 phi. Und damit habe ich genau diese Regel hier gezeigt. Im zweiten Punkt sollen wir jetzt erklären, warum jetzt z hoch n gleich r hoch n und n mal phi ist. Dazu gehen wir vom selben wiederum aus. Wir betrachten jetzt den Ausdruck z hoch n. was bedeutet oder wie kann dieser Ausdruck z hoch n angeschrieben werden. Das wäre n mal also das wäre im Grunde genommen n mal die komplexe Zahl r phi mit sich selbst multipliziert. Das heißt z hoch n würde jetzt sein r phi mal r phi und das n mal das heißt diese komplexe Zahl r phi wird n mal mit sich selbst multipliziert. und wir wissen bereits wie jetzt wiederum komplexe Zahl miteinander multipliziert werden, indem die Beträge miteinander multipliziert werden und die Winkel miteinander addiert werden. Also erhalten wir insgesamt wenn man das jetzt n mal hat n mal die Multiplikation von r mit sich selbst und n mal die Addition von phi mit sich selbst. das heißt r mal r n mal und phi plus phi und das auch wieder n mal und dann erhalten wir r mit sich n mal mit sich selbst multipliziert würde r hoch n sein und phi n mal mit sich selbst addiert würde n mal phi sein. Damit haben wir diese Rechenregel im Grunde genommen jetzt bewiesen und gezeigt. Das heißt komplexe Zahlen werden potenziert indem der Radius zur n Potenz erhoben wird und der Winkel phi n mal mit sich selbst addiert wird also n mal phi eben angeschrieben werden kann. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an und zwar sollen wir jetzt die siebte Potenz von minus 6 plus 8 i berechnen das heißt gibt das Ergebnis in Komponentenform und in Polarform an. Dazu ist es jetzt zunächst einmal geschickt wie wir bereits gesehen haben diese komplexe Zahl minus 6 plus 8 i umzuwandeln in die Polarform das heißt wir brauchen den Betrag und den Winkel dieser komplexen Zahl und zwar würde es erstens sein der Radius beziehungsweise der Betrag dieser komplexen Zahl das würde r würde die Wurzel aus minus 6 Quadrat plus 8 Quadrat das wäre 6 Quadrat plus 8 Quadrat und das würde insgesamt 10 sein das würde die Wurzel aus 100 und das würde 10 sein das heißt der Radius ist im Grunde genommen 10 und das zweite wäre der Winkel wir wissen dass diese komplexe Zahl minus 6 plus 8 im zweiten Quadranten liegt das heißt ich muss mir zunächst einmal mein Alpha ausrechnen Alpha wäre jetzt der Akustangens vom Betrag vom Imaginärteil 8 durch minus 6 und wenn wir das jetzt ausrechnen diesen Akustangens dann erhalten wir ungefähr 54 Grad und weil es im zweiten Quadranten liegt können wir phi berechnen mittels 180 minus dem Alpha Winkel das würde 180 minus eben diese 54 Grad sein und das würde ungefähr 126,8 Grad das ist jetzt der genaue Wert weil die 54 auch gerundet sind dieses phi würde jetzt 126,8 Grad groß sein das heißt ich habe jetzt zunächst einmal die Polarform dieser komplexen Zahl z berechnet und dann kann ich anschreiben dass z gleich in Polarform 10 und 126,8 Grad groß ist das ist jetzt meine komplexe Zahl in Polarform und ich muss jetzt eben die siebte Potenz von dieser komplexen Zahl berechnen und dazu gehe ich jetzt vor wie wir es bereits gewohnt sind z hoch 7 würde jetzt sein 10 und 126,8 Grad hoch 7 und wie potenzieren wir solche komplexen Zahlen indem der Radius 7 mal mit sich selbst multipliziert wird erhalten wir insgesamt 10 hoch 7 und der Winkel 7 mal miteinander multipliziert wird das heißt wir erhalten 7 mal 126,8 Grad genau jetzt erhalten wir insgesamt 7 mal 126,8 Grad das würde jetzt 10 hoch 7 das würde jetzt ungefähr 888 Grad groß sein aber wir wissen dass wir im Grunde genommen uns in einem Kreis bewegen mit einem Vollwinkel von 360 Grad das heißt wir wiederholen uns ständig also können wir 888 Grad auch wieder angeben wenn wir das jetzt reduzieren auf einem Kreis der zwischen 0 und 360 Grad liegt dann würde das 10 hoch 7 und 168 Grad ungefähr groß sein ich muss einfach die schauen wie oft 360 in 888 geht und den Rest davon das ist jetzt mein Winkel der eben durch z durch 7 dargestellt wird 168 Grad Wertes und wir müssen jetzt diese komplexe Zahl noch in Komponentenform angeben dazu verwenden wir wiederum die beiden Formeln dass unser Realteil a r mal Cosinus Phi sein würde und das würde insgesamt 10 hoch 7 mal der Cosinus von 168 Grad und das wäre eine sehr große Zahl denn das würde minus 9 millionen 7 184 1704 sein das wäre unser Realteil und der Imaginärteil lässt sich ähnlich berechnen denn wir wissen dass b r mal Sinus Phi wäre und das würde 10 hoch 7 mal der Sinus mal der Sinus von 168 Grad und das wäre wiederum eine sehr große Zahl das wäre 2 millionen 63 1872 das würde jetzt der Realteil und der Imaginärteil von der komplexen Zahl z sein also erhalten wir insgesamt das z hoch 7 würde jetzt a plus b mal i sein mit a und mit diesem b das ich hier gerade rausbekommen habe das wäre eine sehr sehr große komplexe Zahl mit sehr großem Realteil und sehr großem Imaginärteil das heißt die Vorgehensweise beim Potenzieren von komplexen Zahlen ist folgende dass wir die komplexe Zahl umwandeln in die Polarform in einen Betrag und einen Winkel und mit Hilfe der Formel für das Potenzieren rechnen wir uns die siebte Potenz hier aus dass der Radius siebenmal mit sich selbst multipliziert wird und der Winkel siebenmal mit sich selbst addiert wird und wenn ich dann den Radius den Betrag und den Winkel habe dann kann ich sehr leicht mit Hilfe der trigonometrischen Funktionen mit r mal Cosinus Phi und mit r mal Sinus Phi umwandeln in die kathesischen Koordinaten a und b und damit die komplexe Zahl z hoch sieben in Komponenten Form a plus i mal b angeben Schauen wir uns das nächste Kapitel die komplexen Wurzeln an Für die komplexen Wurzeln verwenden wir wiederum diese Form z gleich r Phi beziehungsweise r mal Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi das ist die Polarform beziehungsweise die trigonometrische Form und komplexe Wurzeln sind meistens im Grunde genommen als Gleichung angegeben und zwar ist meistens die Aufgabenstellung finde alle komplexen Zahlen z mit z hoch n ist gleich w das heißt wir müssen jetzt die n Wurzel aus w ziehen damit wir eben diese komplexe Wurzel bekommen und die ente Wurzel aus w das würde jetzt die perfekte komplexe Wurzel sein und diese Gleichung besitzt jetzt insgesamt n Lösungen weil es der Grad n ist das ist der Fundamentalsatz der Algebra den schauen wir uns auch gemeinsam an und wenn eine solche Gleichung enten gerade ist vorhanden ist dann gibt es n Lösungen und das sind eben diese enten komplexen Wurzeln genau die Lösungen für diese komplexen Wurzeln z ist gleich die ente Wurzel aus w können wir jetzt folgendermaßen berechnen das ist am leichtesten auch anhand von dieser polar form oder der regnometrischen form zu erklären verwenden wir mal die trigonometrische form es gibt n lösungen n lösungen und zwar von 0 bis n minus 1 ich berechne mir zuerst mein z 0 dann mein z 1 dann mein z 2 und dann mein z n minus 1 dann habe ich insgesamt n lösungen und wie diese lösungen jetzt berechnet werden können das sagt uns diese formel die schaut auf den aus und ein bisschen wüst aber keine angst davor wir können jetzt diese k oder diese n verschiedenen lösungen berechnen der radius beziehungsweise der betrag ist immer dasselbe wir berechnen die n die wurzel aus dem betrag dieser komplexen zahl w das ist immer der betrag jeder dieser lösungen von z 0 bis z n minus 1 und der Winkel der Winkel ist jetzt folgendermaßen gegeben wir berechnen den Winkel das argument zunächst einmal von dieser komplexen zahl w das ist phi w das habe ich mit phi w hier gekennzeichnet und dann müssen wir je nachdem welche lösung wir berechnen berechnen wir die 0 die 2 die n minus 1 müssen wir hier für k einen speziellen wert einsetzen wenn ich z1 berechnen dann erhalte ich phi w plus 1 mal 360 durch n das wäre mein Winkel beziehungsweise mein argument für die komplexe lösung z1 möchte ich für die 0 komplexe lösung z0 berechnen dann erhalte ich phi w plus 0 mal 360 durch n und so spielt sich das ganz weiter hinauf bis n minus 1 und ich erhalte immer denselben Betrag aber immer unterschiedliche Winkel und insgesamt oder oder können wir dann schreiben auch ist eben diese komplexe sind die komplexen Zahlen gegeben durch die n die Wurzel aus dem Betrag von w und der Winkel ist phi w plus k mal 360 durch n wenn man jetzt mit der trigonometrischen Form nicht arbeiten möchte und das große Sinus vernachlässigen möchte sondern einfach nur mit n verschiedene Lösungen je nachdem welchen Wert wir für k einsetzen ich möchte dir auch ein Beispiel zeigen gesucht sind alle Lösungen dieser komplexen Gleichung z hoch 5 ist gleich 1 plus 2 i wir berechnen uns zunächst einmal für diese komplexe Zahl w diese würde jetzt 1 plus 2 i sein hier berechnen wir uns den Betrag der Betrag wäre eben die Wurzel aus 5 das wäre die Wurzel aus 1 Quadrat plus 2 Quadrat das wäre Wurzel aus 5 das zweite wir sind im ersten Quadranten deswegen ist phi w gleich unser Alpha das würde der Akkus tangenz vom imaginär Teil durch Real Teil sein 2 durch 1 das wäre 63 43 Grad das wäre mal der Ausgang wo wir jetzt mal die Polarform von der komplexen Zahl berechnet haben jetzt würde z 0 sein die fünfte Wurzel also die n Wurzel in dem Sinn ist der Grad 5 die fünfte Wurzel aus dem Betrag von W die fünfte Wurzel aus Wurzel aus 5 und und eben dieses phi W wird jetzt eingesetzt 63 43 sein und für die nullte Lösung für K0 setzen wir jetzt für K0 ein und erhalten dann insgesamt 1,15 plus 0,26 i oder wenn man es jetzt eben in Polarform angeben möchte die fünfte Wurzel aus 5 für den Betrag und der Winkel wenn man jetzt die 63,43 plus 0 mal 360 durch 5 rechnet würde man 12,74 Grad ergeben und so kann man das jetzt spielen bis natürlich Z1 Z2 Z3 und Z4 das wäre die letzte komplexe Lösung man Schritt für Schritt berechnet hat und dann würden diese Lösungen insgesamt herauskommen wir sehen dass der Betrag immer dasselbe ist in der Polarform und der Winkel ändert sich immer genau um das was wir für k neu einsetzen wenn wir k eins einsetzen erhalten wir einen neuen Winkel wenn wir k zwei einsetzen erhalten wir ebenso einen neuen Winkel und hier ergeben sich dann natürlich fünf verschiedene komplexe Zahlen und weil dieser Betrag dasselbe ist und der Winkel aber verschieden ist können wir diese komplexen Zahlen in der komplexen Zahlenebene darstellen und es ergibt sich insgesamt ein regelmäßiges Fünfeck dieses regelmäßige Fünfeck ist in einem Kreis eingebettet dieser Kreis besitzt eben den Radius beziehungsweise den Radius Wurzel aus der Wurzel aus fünf und diese komplexe Zahlen liegen dann auf diesem Kreis und ergeben ein regelmäßiges Fünfeck und allgemein können wir immer sagen dass eben bei den komplexen Wurzeln die Lösungen der komplexen enden Wurzeln ergeben ein regelmäßiges N Eck in der grauschen oder komplexen Zahlenebene schauen wir uns dazu eben jetzt ein Beispiel an das du auch auf deinem Arbeitsblatt hast und zwar berechne die fünften Lösungen der Gleichung Z 5 gleich 32 und 115 Grad das heißt gesucht sind also alle komplexen Zahlen das gilt r hoch 5 ist und 5 phi ist 32 und 150 Grad wir gehen hier wiederum so vor dass wir wie viele Lösungen bekommen wir bekommen insgesamt 5 Lösungen also müssen wir eigentlich für k gleich 0 für k gleich 1 für k gleich 2 für k gleich 3 für k gleich 4 Werte einsetzen und zwar wir haben jetzt diese komplexe Zahl W gegeben durch eben 32 und 150 Grad und was würde jetzt passieren näher ich für also das erste für Z 0 unsere erste Lösung hierbei muss 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 jetzt eben die 5 also die fünfte Wurzel aus 32 nehmen das würde unser Radius sein unser Betrag und wenn ich diese 150 jetzt gegeben habe für W dann würde jetzt eigentlich Phi W so wie wir es kennen würde 150 sein und für unsere erste komplexe Lösung würde dieser Winkel Phi jetzt folgendermaßen sein das Wert würde 150 plus 0 mal 360 durch 5 sein und das würde das Ergebnis liefern von 30 Grad und dann können wir die komplexe Zahl Z 0 anschreiben als die fünfte Wurzel aus 32 Beistrich 30 Grad das würde eben diese komplexe Zahl hier sein in der Grafik haben wir Z 1 angeben das entspricht unserem Z 0 wir nummerieren es von 0 bis 4 durch in der Grafik ist es von 1 bis 5 durch das ist völlig egal das ist diese komplexe Zahl die ich hier habe die zweite komplexe Zahl würde dann Z 1 sein das würde wiederum eben der gleiche Betrag das wäre die fünfte Wurzel aus 32 und hier muss ich für phi muss ich jetzt 1 einsetzen für k und dann erhalte ich insgesamt 102 Grad das wäre diese komplexe Zahl hier oben für die dritte komplexe Zahl das wäre unser Z 2 erhalte ich wiederum denselben Betrag und ich muss hier die Formel jetzt statt 0 2 einsetzen und erhalte dann insgesamt 174 Grad das würde diese komplexe Zahl hier unten sein für die vierte Z 3 wäre wieder dasselbe Betrag die fünfte Wurzel aus 32 und hier setze ich dort 0 4 ein und ich erhalte 246 Grad als Lösung das würde diese komplexe Zahl hier sein und die letzte komplexe Zahl das würde unser Z 4 sein die hätte wiederum den selben Betrag die fünfte Wurzel aus 32 und statt 0 setzen wir hier 4 ein und wir halten insgesamt 318 Grad das würde diese komplexe Zahl hier unten sein und wir sehen dass der Betrag immer dasselbe bleibt und sich immer nur der Winkel ändert je nachdem welchen Wert wir für k einsetzen und diese Lösungen würden alle auf einem Kreis liegen und ergeben dann gesamt als Figur ein regelmäßiges 5 Eck innerhalb dieses Kreises schauen wir uns dazu noch eine Übung an berechne die drei Lösungen der Gleichung z hoch 3 ist gleich minus 8 und zeichne sie in der Zahlenebene ein dazu gehen wir jetzt folgendermaßen vor wir müssen zunächst diese Zahl das ist die Zahl W unsere komplexe Zahl in Polarform angeben das ist eine rein reelle Zahl die auch eine komplexe Zahl natürlich ist diese Gleichung besitzt drei Lösungen und jetzt müssen wir zunächst einmal W mit Hilfe der Polarkoordinaten angeben das erste was sein würde für W wäre der Radius bzw. Betrag und das würde die Wurzel aus 8 Quadrat plus 0 Quadrat sein und das würde 8 sein und der Winkel Phi der Winkel Phi würde jetzt folgendermaßen eben definiert sein dass dieser Winkel ja im das ist die komplexe Zahl minus 8 hier liegt also auf der reellen Achse und minus 8 würde hier auf der negativen Achse liegen negativen Realteilachse und das wäre insgesamt der Winkel 180 Grad das wäre ein solcher Winkel weil eben die komplexe Zahl hier auf der Realteilachse liegt und zwar auf der negativen Seite und deswegen hier wir insgesamt 180 Grad haben also ist der Winkel 180 Grad das heißt wir können diese komplexe Zahl W angeben mit 8 und 180 Grad und wir erhalten drei Lösungen Z1 Z2 und Z3 oder Z0 Z1 und Z2 für diese komplexe Wurzelgleichung wir beginnen wiederum beim ersten Z0 Z0 würde den Radius besitzen wiederum die dritte Wurzel aus jetzt 8 weil wir eine Gleichung dritten Grad haben also ist der Betrag die dritte Wurzel aus 8 und der Winkel würde jetzt im Grunde genommen sein wenn wir jetzt hier haben V W das würde 180 Grad sein dann erhalten wir hier für V insgesamt 180 Grad plus 0 mal 360 Grad durch 3 und das würde insgesamt 60 Grad ergeben die zweite und die dritte komplexe Zahl würde ähnlich wieder ablaufen die dritte Wurzel aus 8 wird der Betrag und der Winkel würde jetzt statt einfach 0 hier 1 eingesetzt werden und wir erhalten dann insgesamt 180 Grad hier 1 einsetze würde insgesamt und 80 Grad herauskommen und Z3 also Z2 würde insgesamt wiederum der gleiche Betrag sein Wurzel als 8 und wenn ich hier statt 0 2 einsetze erhalte 300 300 Grad und wir wissen dass die dritte Wurzel aus 8 insgesamt 2 sein würde das heißt diese komplexen Lösungen liegen allesamt auf diesem Kreis der ist schon schön eingezeichnet mit dem Radius 2 genau und jetzt müssen wir diese komplexen Zahlen nur mit dem Winkel einzeichnen wir zeichnen hier für die erste Lösung z0 60 Grad ein das ist ungefähr hier das wäre diese komplexe Zahl das wäre 60 Grad das wäre z0 dann zeichnen wir 180 Grad ein das wäre hier diese zweite komplexe Zahl und das wäre z1 und die z2 die dritte Lösung erhalte ich mit 300 Grad das würde ungefähr hier sein das würde hier ungefähr hier sein das wäre z2 und wir sehen dass diese drei Lösungen wenn ich hier das schön miteinander verbinde dass sie ein regelmäßiges Dreieck bilden und das würde in diesem Sinne ein gleichseitiges Dreieck sein das eingebettet ist in diesen Kreis mit Radius gleich 2 ich habe für dich auch noch eine Übung mitgebracht die du selbstständig lösen kannst berechne alle Lösungen in dieser Gleichung z hoch 5 ist gleich 2 plus 4 i in der Polarform und zeichne wiederum diese Lösungen grafisch in die komplexe Zahlenebene ein dieses Beispiel funktioniert ähnlich wie das Beispiel das wir gerade gemacht haben nur dass du jetzt statt der komplexen Zahl minus 8 die komplexe Zahl 2 plus 4 i hast und nicht dritten Grades die Gleichung ist sondern fünften Grades ist in unserem nächsten Video schauen wir uns die reellen und die komplexen Nullstellen einer Polynom Funktion an und damit können wir alle Gleichungen enden Grades lösen und hier verwenden wir auch den sogenannten Fundamentalsatz der Algebra ich freue mich darauf auf